Und das sitzt noch in einem drin. Ich grüße dich. Ja, moin. Bist du hier wieder irgendwas erzählen? Ja, ist auch mit Recht hier. Wenn wir den nicht hier hätten, dann wäre es hier fürchterlich. Denn die Flaschen, die kommen mit den vollen Flaschen hier an den Strand. Und dann sind die leeren Flaschen voll. Und die vollen Flaschen leer. Und dann sind die leeren Flaschen viel zu schwer. Kängere, alles voll und dreck. Er macht es alles weg. Und Glas kaputt gemacht. Ja, genau. Ja, Herr bückt sich auf. Wenn er seinen Strandgang macht, er hat immer was in den Händen. Er hat immer was in den Händen. Bitte lassen, lassen Sie es liegen. Lassen Sie es liegen, ja. Lassen Sie es liegen. Tschüss, tschüss. Ja, auch. Ja, so, das will ich damit. Und das ist da an den Seiten, an den Büschen auch mit grillen. Und ich habe hier eine Strandverordnung. Grillen, Feuer, Zelten, alles nicht erlaubt. Ich will nicht, dass die Grillkohle hier ausgekippt wird, dass unser Strand hier durch die Kohle verdreckt wird.